Für einen sauberen Start ins nächste Schuljahr reinige ich es mit Gemakko. Dafür nehme ich das Duo Pad Mini grüne Faser, mache es nass und gebe einen Spritzer Intensivreiniger direkt auf die Faser. Bei Bedarf wiederhole ich den Vorgang und bei starken Verschmutzungen lasse ich den Reiniger einige Zeit einwirken. Bei stärkeren Verschmutzungen nehme ich bei Bedarf das blaue Duo Pad Mini. Anschließend mit einem feuchten Profituch Plus nachwischen und an der Luft trocknen lassen. Fertig!